Weißt du, wo er ist? War er gestern Nacht hier? Das ist nicht wahr, oder? Was machst du da? Ich will sie ansehen. Komm, leg sie wieder hin. Verdammt. Wer ist das? Keine Ahnung. Hey, hiermit hat doch keiner von uns was zu tun, oder? Wir müssen rauskriegen, was hier passiert ist und dann finden wir eine Lösung. Wir stecken alle da drin und wir schaffen es zusammen da raus, weil wir Freunde sind. Alle einverstanden? Seid ihr dabei? Wir lassen ja heute hier wirklich jeden rein. Herzlichen Glückwunsch, Wim. Danke. Es ist absolut spitze, ein tolles Objekt.